Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Command & Conquer Tiberian Wars. Wir sind immer noch in der, ähm, wie sagt man, Mauer von Sydney, an der Mauer von Sydney. Und, ähm, ja, wollen im Endeffekt die Codes gleich knacken. Das werden wir jetzt tun. Und zwar von hier oben werde ich einen Transporter holen und einmal kurz rüberfliegen. Die GDI mag mich ja jetzt. Ich weiß auch nicht, warum da bei der CPU nichts passiert. Das ist irgendwie komisch. Irgendwas scheint ja nicht ganz zu stimmen. Aber das ist ja auch egal. So, bauen wir nochmal davon welche. Ich würde ganz gerne die... Laserkondensatoren noch erforschen. Die Stellung haben wir eigentlich ganz gut gehalten oder haben wir jetzt ganz gut besetzt. Will ich meinen. Wir bringen euch hin. Verstanden. So. Ich kann Ihnen helfen. Der Beude besetzt. Einsatzziel erreicht. Dann war das Ziel auch schon mal erledigt. Ne, hat eine I-Hunker nur noch ein Feuertal, den ich hab. Naja, egal. Gehen wir mal ein bisschen auf Luft hier. Betriebsbereit. So. Ich werde den Kollegen dann gleich noch ein bisschen Infanterie beziehungsweise Anti-Infanterie zur Verfügung stellen. Den Avatar-Kollegen. Vertigo. Systemcheck okay. Wobei wir den eigentlich auch mit Flammenwerferpanzern ein bisschen aushelfen könnten. Upgrade abgeschlossen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Du, du, du. Wo baue ich das hin? Hier ist eigentlich genug Platz. Aber er macht es nicht. Vertigo. Systemcheck okay. Hm. Abgrade abgeschlossen. Kann es nicht hier hinbauen. Oh. Was ist denn da los? Meine Güte. Keiner. Ich glaube, wir sollten doch ein paar Raketen Buggys mit hinzuschicken. Systemcheck okay. Holy fuck. Damit hätte ich jetzt nicht geändert. Okay, wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Luft abwehren. Einheit wird angegriffen. Betriebsbereit. So. Ungeeigneter Bauplatz. Bau abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. Das ist jetzt ein bisschen strategisch ungünstig gebaut. Aber das sollte eigentlich erstmal passen. So. Naja, jetzt hätte ich mir fast hier eine Dispersionsbombe reingeballert. Das wäre natürlich ungünstig gewesen. Ungeeigneter Bauplatz. So. So. Guck mal hierher. Dann müsste unsere Streitmacht bald reichen, um ihn dem Chaos zu machen. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Seht euch das an. Das Ding geht einfach so durch die Wand. Die Aliens haben die Mauer zerstört. Nichts mehr rein. Bin doch schon nicht so. Dann. Das ist ja alles total irre. Hier ist das neue Ziel, das ich vom Zentralkommando habe. Ich lade die Koordinaten für Sie. Befehle von einer nicht identifizierten Quelle. Was ist hier los? Oh. Abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. Was? Was? Zerstören Sie das Kontrollzentrum der Ion-Kanone. Einmal wieder zurück. Mach mal gleich. Dann machen wir das gleich. Dann machen wir das gleich. Dann machen wir das gleich. Ich brauche noch ein bisschen davon. Zack. Kann man gleich mal rüber fliegen. Okay. Also ich hätte ganz gerne nur noch ein paar Stealth-Panzer. Wenn wir gleich den Kollegen da hinten angreifen. Fliege ich da einfach mal zur Ion-Kanone hin, ne? Ich meine, whatever. Oh nein. Okay. Ion-Werfer-Ablink zerstört Commander. Nein, bleib doch hier. Könnt ihr den Moment fliegen die da durch? Ein Pech. Unser Stülster für Panzer einsatzbereit. So. Wir haben die Luft. Das ist ja relativ klar. Kannst du mal zurückziehen? Du wirst hier ganz schön beschossen. Das wird sich zurückziehen. Oh. Trottel. Aber was ist denn hier gerade los? Jetzt greift mich die ganze Truppe an oder was? Termkappensender bereit. Steuerung aktiv. Oh Gott. Oh Gott. Räumen wir auf. Zerstören. Oh mein Gott. Wie viele sind das? Folgende Zerstörung. Ähm. Hallo? Was bitte passiert hier gerade? Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Äh. Loll. Was soll das? Waren so Elite-Viecher? Ziel wähle. Unterstützpunkt wird angegriffen. WTF. WTF. Wir hatten noch Zielkoordinaten. Äh. Loll. Wart mich warum der auf einmal mit so vielen Einheiten zu mir kommt. Nehme Kurs auf Zielsektor. Irgendwas ist hier kaputt. Bau abgeschlossen. Irgendwas stimmt hier gerade gar nicht. Einheit wird angegriffen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ungeeigneter Bauplatz. Bau abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. Hm. Haben wir ein Ziel. Bereite Bombenabwurf vor. Hm, 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 hm. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. alles irgendwie gar nicht so cool abgeworfen wir sind vertigo haben wir einsatzbereit bestätigt wo kommen die denn her den kriegt er nicht weg Schade. Warte, schade. Gut. Die Zentrale ist dann im Arsch. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Warum der auf einmal da alles hatte. Aber whatever. Aber whatever. Wir bauen jetzt hier einen neuen Bauhof und müssen uns dann halt hier hinstellen. Nutzstädte werden wachsen. Äh, ärgerlich. Neue Bau-Aktion. So. Das habe ich. Waffenne haben wir. Das haben wir auch. Wir bauen jetzt eine Kommandozentrale. Hm. Komische Sache. Ich hätte vielleicht früher Einheiten bauen sollen. oder so. Und jetzt steht er nämlich darum. Das ist halt total merkwürdig. Skorpion ist bereit. Bau abgeschlossen. Naja, egal. Neue Bau-Option. Egal, egal, egal. Skorpion ist bereit. Wir bauen jetzt hier ein paar Skorpion-Panzer. Skorpion ist bereit. Ein paar Buggys würde ich da noch bauen. Und dann charge ich da mal kurz rüber. Skorpion ist bereit. Sehr unglaublich. Unglaublich. Unglaublich und unglaublich frech. Skorpion ist bereit. Shadow Team bereit. Anders kann man das alles einfach nicht sagen. Bau abgeschlossen. Gehen wir auf die Jagd. Gehen wir auf die Jagd. Oh, jetzt passt er sogar hin. Ich bin anglücklich. Vorsicht. Oh, der hat doch eine Menge Zeug. Der Weg ist frei. Ohne jede Spur. Der hat doch eine Menge Zeug. Ausbildung. So. Machen wir das noch. Wobei, lass mal lassen. Werde ich dann noch rüberfliegen und mir dann die ganzen Dinger hier holen, die dann noch stehen. Und dann, mein Freund, geht's ab. Bau abgeschlossen. Stealth-Panzer einsatzbereit. Ziel wäre. Dann, mein Freund, geht's ab. Geht's gleich erstmal so ab. Arsch. Brenne. Sag. Guck, was da noch liegt. Hey. Suchen wir Sie. Wer steht da als nächstes? Aufpassen. Wir verstecken uns da auf Panzer einsatzbereit. So. Ganz leise. Wir schleichen uns an. Unfassbar. Nenne ich das. Einfach nur unfassbar. Unfassbar und unfassbar frech. Einfach nicht normal. Kann ja nicht wahr sein, was der sich da erlaubt. Die Bruderschaft vertraut. Niemand sieht nicht. Die Bruderskanner haben abgeschlossen. So. Einheit für andere. Das Ganze zerstören wir. Und fort. Wir müssen näher ran. Hier machen wir auch Platz. Schön. Und fort mit euch. Einheit für los. Sterbt. So. Achso. Ich brauche ja ein neues Flugfeld. Habe ich jetzt glatt vergessen. Habe ich jetzt glatt vergessen. Beschlossen. So. Flugfeld fertig. Weiß nicht, wo ich Flugfeld hinstellen will. Äh. Da kann es Sinn. So. Der kann nur rüber laufen. Schade. Ja. Sind die Dinger schon weg? Hoffen nicht. Oh Gott. Die sind weg. Ein schlechter Scherz. Mann ey. Warum sind die denn jetzt weg? Ich wollte noch nicht, dass sie weg sind. Das bringt ja jetzt auch nichts. Äh. Stealth-Panzer einsatzbereit. Was doof ist. Systemcheck okay. Wir bringen euch hin. Alles klar. Nähere mich ziel. Stealth-Panzer einsatzbereit. Das ist auch blöd. Transport. Niemand sieht mich. Haben wir nämlich so ein fliegendes Ding. Oh. Kommt ihr her? Wo kommt ihr denn her? Nee, nee. Das wollen wir so gar nicht. Alter, das ist ja unglaublich. Wie läuft hier, wie läuft hier in diese Mission hier bitte? Dachte, ganz gemütlich noch fertig machen und so. Und dann passiert so ein Scheiß. Mein WTF. Das war überhaupt nicht as intended. Jetzt darf ich das mal sagen. Überhaupt nicht. Kein Stück. Wollte definitiv nicht, dass es so läuft. Hey. Einheit bisher. Bau abgeschlossen. Was hat er das denn jetzt hier? Macht sie fertig. Rücke vor. Ganz leise. Ah. Mann, oh, Mann, oh, Mann. Bau abgeschlossen. Ziel wählen. Mann, oh, Mann, oh, Mann. Bau. 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 Meine Kraft, da kam es aber noch ganz krass. Ja. So, wir bauen hier was noch hin. Und sowas. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. So, damit sowas nicht nochmal passiert. Müssen wir ein bisschen unsere Verteidigungsanlagen hier ausbauen, ne? Die Dinger will ich da angreifen. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. So. Jetzt sollte das ja langsam mal wieder klappen. Ungeeigneter Bauplatz. Sammler wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Bis wo kann ich den bauen? Auch gar nicht so weit. So. Dann noch so ein Dinger hin. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Ja. So. Weg mit den Dingern. Zack. Landen. Wir bringen euch hin. Landen. Tankkappensender bereit. Hier kommt wieder nach unten. Geleitet zum Ziel. Wir brauchen mehr Kraftwerke. Wir brauchen Energie. Bau abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. So. Verteidigungsanlagen kosten Strom. Dessen sind wir uns natürlich bewusst. Bau abgeschlossen. Feindliche Einheiten in Sicht. Viel Energie. Feindliche Basis in Sicht. Okay. Ich glaube soweit sollte das dann erstmal passen. Arbeiten wir zusammen. Vertrauen Sie. Rein da meine Freunde. Ich kann Ihnen. Abgeschlossen. Neue Bauoption. Neue Bauoption. So muss das laufen. Neue Bauoption. Neue Bauoption. Genau so muss das laufen. Ungeeigneter Bauplatz. Okay. Kaserne bauen wir. Das ist kein Problem. Baut. 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 Das Ding müssen wir ja auch noch irgendwie verteidigen. Neue Bauoption. Ein paar Waffenfabriken. Vertigos können wir jetzt bauen. Wir haben jetzt genug Geld. Aber an der Stelle mache ich jetzt mal einen kurzen Break. Wir werden dann in der nächsten Folge auf jeden Fall die Skrin überrennen. Das hoffe ich zumindest. Außer sie zaubern wieder irgendeine riesige Armee aus dem Hut. Und ja. Ein bisschen unvorhergesehen. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Aber bei dem Spiel kann halt alles mal passieren. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Euer Rio. Ciao.